Ich stehe in der Aussage, Johanna kommt mit einem Schwinger, den ich mit einem Unterarmblock aufnehme. Einmal eine Zeitgabe, sie kommt mit dem Schwinger, ich greife mit der Hand an meinen Hinterkopf und mein Unterarm ist eng an meinem Kopf. Wichtig, keinen Zwischenraum hier nicht so halten, sonst schlage ich mich selber, sondern richtig schön eng. Hinterher kommt direkt ein Schlag mit der flachen Hand, mit dem Ball gegen die Platze.